Willkommen im historischen Wehrturm. Die Jugendherberge Bautzen garantiert ein ganz besonderes Flair. Sie befindet sich in der 500 Jahre alten Gerberbastei und ist Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Es ist mit die älteste Jugendherberge in Deutschland, also die drittälteste, um es genau zu sagen, seit über 100 Jahren am selben Standort, hier in diesem sehr schönen alten Turm und dem Langhaus und den zwei dazugekommenen Bürgerhäusern 2003. Sehr schöne Ausstattung, sehr gut für Familien und auch für Schüler und Jugendliche geeignet. Die Jugendherberge verfügt über 112 Betten in ein- bis sechs Bettzimmern. Außerdem stehen dem Gast zwei Speiseräume, eine herrliche Freiterrasse und der Grillplatz zur Verfügung. Neben Spielmöglichkeiten für Groß und Klein und einer Dauerausstellung zur Geschichte der Jugendherbergen ist das Gasthaus aber vor allem ein optimaler Ausgangspunkt für Ausflüge. Wir haben verschiedene Angebote, also innerhalb unseres Hauses kann man sich natürlich auch betätigen, aber am besten ist es natürlich auch zu uns zu kommen, um die Region kennenzulernen, die Stadt Bautzen, die Oberlausitz, das zweisprachige Gebiet, in dem wir uns hier befinden, die Gebräuche der Sorben, also es gibt ein weites Feld, man kann sich sehr gut die Zeit vertreiben und viel dabei lernen. Darüber hinaus bieten verschiedene Veranstaltungsräume mit moderner Technik Platz für Tagungen und Seminare und die Stadt Bautzen das passende Rahmenprogramm. Jugendherberge Bautzen in der Gerbebastei – preiswert übernachten an einem Ort voller Geschichte.